Gefährlicher Schinken – die unsichtbare Bedrohung für Ihren Hund Erfahren Sie, warum das Füttern von gekochtem Schinken Ihrem Hund schaden kann, und entdecken Sie gesündere Alternativen zur Belohnung Ihres pelzigen Freundes. Der hohe Fettgehalt im Schinken kann Pankreatitis bei Hunden auslösen. Schinken kann bei Hunden zu Magenverstimmungen und Erbrechen führen. Schinken kann Allergien bei Hunden verschlimmern. Alternative, gekochter Fisch ohne Gräten, könnte ihm als Leckerli zwischendurch gefallen. Haben deine Hunde besondere Lieblingsleckerbissen? Schinken und Hunde – warum Experten vor dieser Kombination warnen? Hier erfahren Sie, aus welchen Gründen es möglicherweise besser ist, Ihrem Hund keinen gekochten Schinken anzubieten, und wie Sie die Gesundheit Ihres Haustiers schützen können. Schinken kann bei Hunden zu hohem Blutdruck führen und das Herz belasten. Der hohe Natriumgehalt im Schinken kann Nierenerkrankungen verschlimmern. Schinken kann bei Hunden zu einer unerwünschten Gewichtszunahme führen. Alternative, Blaubeeren wären eine leckere Option, um ihm ein Leckerli zwischendurch zu geben. Zeig uns, welche Snacks in deiner Hundetasche landen. Hund und Schinken – drei überraschende Fakten